Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Tanja, ich freue mich sehr, dass dein erster Besuch als neue Außenministerin hier in Berlin ist. Das ist nicht nur ein wichtiger Ausdruck unserer Zusammenarbeit zwischen Slowenien und Deutschland, sondern auch zwischen uns als Außenministerinnen, weil ähnlich wie bei mir ja auch als erste Außenministerin in diesem Amt ist es ja auch bei dir. Und das erweitert den Kreis der Außenministerinnen in der EU und stärkt insgesamt die europäische Außenpolitik. Daher herzlichen Glückwunsch und ich freue mich wirklich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Der Besuch und dass du zuerst nach Deutschland gekommen bist, unterstreicht auch die Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern. Wir wollen gemeinsam, dass Slowenien und Deutschland in Zukunft noch enger zusammenarbeitet. Wir haben deswegen unmittelbar vor dieser Pressekonferenz einen gemeinsamen Aktionsplan unterzeichnet. Wir feiern in diesem Jahr auch das Jubiläumsjahr der deutsch-slowenischen diplomatischen Beziehungen. Vor 30 Jahren hat Deutschland als eines der ersten Länder Slowenien als eigenständiges Land anerkannt. Und diese Zusammenarbeit wollen wir jetzt noch weiter ausbauen und intensivieren. Im gemeinsamen Aktionsplan stehen natürlich viele Themen der Zusammenarbeit. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit bei Energiefragen. Aber uns beiden ist besonders wichtig, dass wir vor allen Dingen den Jugendaustausch stärken, Erasmus Plus weiter unterstützen. Denn wir erleben ja, dass gerade die jüngeren Generationen in unseren beiden Ländern diejenigen sind, die sagen, wir müssen gemeinsam Europa weiter bauen. Bei all dem können wir auf eine feste Grundlage aufbauen. Über 70.000 slowenische Schülerinnen und Schüler lernen die deutsche Sprache. Und jeder Einzelne von ihnen baut damit auch eine Brücke der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern. Deutschland ist zudem der wichtigste Handelspartner Slowenien. Auch deshalb wollen wir unsere Zusammenarbeit weiter ausbauen. Im Bereich Energie, Klima und Umweltpolitik können wir gerade von euch auch viel lernen. In Slowenien stehen zum Beispiel über 50 Prozent der gesamten Landesfläche unter Naturschutz. Man kann eigentlich sagen, ihr seid das grünste Land Europas in diesem Sinne. Und schon seit 2007 ist die Innenstadt von Jubiläaner autofrei. Für die weniger mobilen Menschen in der Hauptstadt können diese dann kostenlos Elektro-Taxis nutzen. Das ist was, wovon viele in der Berliner Innenstadt noch träumen. Ressourcenschutz, Klimaschutz, die Sicherung unserer Lebensgrundlagen, All das sind die Hauptbausteine eines zeitgemäßen Verständnisses auch von Sicherheitspolitik. Und genau darum ging es ja beim NATO-Gipfel, wo wir viel auch gemeinsam zusammengearbeitet haben. Wir haben in Madrid beim NATO-Gipfel nicht nur gemeinsam den brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine und die europäische Friedensordnung verurteilt, sondern begegnen diesem auch mit unserem neuen strategischen Konzept. Wir stärken darin die östliche Flanke der NATO und wir stärken die Allianz insgesamt, indem wir die Erweiterung von Finnland und Schweden jetzt zum Glück vorangebracht haben. Und ich glaube, wir werden alle schauen, dass wir ganz, ganz schnell nun ratifizieren können in unseren Parlamenten. Wir haben auch sehr deutlich gemacht, dass das Verteidigungsbündnis auf der Höhe der Zeit ist. Dass es eben nicht nur um Verteidigung im militärischen Sinne geht, sondern es geht auch um die Verteidigung unserer Werte, von Demokratie, von Freiheit, von Rechtsstaatslichkeit, von Menschenrechten. Und das macht aus meiner Sicht dieses strategische Konzept der NATO eben aus, dass es ganz zu Beginn des Textes deutlich macht, wofür dieses gemeinsame Verteidigungsbündnis steht. Nämlich die Freiheit der Sicherheit unseres gemeinsamen Lebens. Und da ist leider dieser Tage Russland die größte Gefahr. Aber wir benennen eben auch deutlich, dass menschliche Sicherheit weit darüber hinaus auch dadurch gefährdet ist, dass wenn Lebensgrundlagen entzogen werden, die Klimakatastrophe nicht eingegrenzt werden kann. Und auch wenn zum Beispiel Frauen in Friedensprozessen nicht beteiligt sind. Und auch da haben wir ja eng zusammengearbeitet bei Women, Peace und Security deutlich in diesem Konzept gemacht, dass eben auch die Frage von Gendergerechtigkeit eine harte Sicherheitsfrage ist. Für unsere beiden Länder, und das haben wir ja intensiv gerade auch nochmal bilateral besprochen, ist der westliche Balkan zentral. Wir waren uns heute sehr einig darin, dass wir keine weitere Zeit bei den Bemühungen um Integration und Annäherung verlieren dürfen. Der Westbalkan liegt geografisch inmitten der EU. Wir müssen auch die Menschen des Westbalkans endlich politisch in unsere Mitte holen. Auf dem Balkan darf keine Nische entstehen, in der sich Russland oder andere Akteure festsetzen. Es geht dabei nicht zuletzt auch um unsere geopolitische Glaubwürdigkeit. Und ich möchte daher an dieser Stelle auch nochmal unterstreichen, wir als EU hätten das Versprechen zur Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit Blick auf den westlichen Balkan und insbesondere Nordmazedonien und Albanien längst einlösen müssen. Es liegt in unserem eigenen strategischen Interesse und ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und deswegen war es so wichtig, dass die französische Ratspräsidentschaft gestern am letzten Tag der Ratspräsidentschaft eben auch nochmal alles dafür getan haben, dass wir dieses Versprechen nun endlich auch einlösen können. Es liegt ein Kompromiss jetzt von Seiten der Franzosen nochmal auf dem Tisch. Und das ist eine einmalige Chance und wir müssen diesen Schritt jetzt endlich gemeinsam gehen. Liebe Tanja, dem gemeinsamen Handeln unserer beiden Ländern in Europa liegt eine Wertepartnerschaft zugrunde. Auf deren Basis wollen wir Europa gemeinsam weiter voranbringen. Und ich danke dir doch mal sehr, dass du heute hier in Berlin bist. Und ich freue mich auf die weiterer Zusammenarbeit unserer beiden Regierungen in vielen, vielen Fragen, wo wir große Schnittmengen auch zwischen unseren beiden neuen Koalicionen haben. Vielen Dank, Frau Ministerin. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich bin sehr froh, Deutschland ist unsere Traditionspartnerin politisch, handelstechnisch. Wir haben offene Beziehungen. Ich hoffe, dass es so auch bleibt. Sehr wichtige Handelspartnerin, Wirtschaftspartnerin. Und es freut mich, dass wir einen sehr wichtigen Aktionsplan unterschrieben haben über dreijährige strategische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Slowenien. Unterschrieben haben auf vielen Bereichen. Für Slowenien ist das sehr wichtig, eine sehr wichtige Botschaft, weil wir Klimafragen, Energiefragen, Sicherheitsgefährdungen haben. Da sind viele Gemeinsamkeiten, die uns verbinden. Und ich denke, dass wir sehr gut zusammenarbeiten werden. Wir kommen gerade beide zurück aus Madrid vom NATO-Gipfel. Das strategische Konzept ist ein richtiger Schritt, Schritt in die richtige Richtung. NATO darf nicht nur eine militärische Organisation, sondern auch eine politische Organisation sein. So können wir neben diesem Krieg auch für alle anderen Risiken tun. Klimafragen, Ernährungsfragen, Terrorismus. Es sind viele Herausforderungen, die wir da ansprechen können. Ich bin sehr froh, dass wir verbündet sind, was die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union angeht, innerhalb der Beziehung zur Ukraine, was wir gesprochen haben. Sloweniens Außenpolitik. Slowenien verurteilt sehr streng diese russische Aggression in Ukraine. Wir haben sehr viel humanitäre, militärische Hilfe auch geleistet. Ich habe auch ein paar Projekte der Ministerin vorgestellt, wo wir zusammenarbeiten könnten, wo es sich um Verwundete in Ukraine geht, wo es um Kinderhilfe in Ukraine geht und auch für den Wiederaufbau nach dem Krieg. Ich denke, wir werden die Gelegenheit finden, da zusammenzuarbeiten. Das ist sehr wichtig, finde ich auch, dass wenn wir über die Sicherheitsrisiken sprechen, dass wir uns einig waren über die Bedeutung von Erweiterung im Westbalkan. Westbalkanstaaten dürfen wir nicht vergessen. Und wir sehen das so, weil wir in der Region leben, die deutsche Unterstützung bei diesem Verständnis der Erweiterung auf den Westbalkan, bei der Hilfe für Nordmazedonien und Albanien, für die Beitrittsverhandlungen, für Bosnien und Herzegowina, für den Kandidatenstatus und um die Beitrittsverhandlungen zu beschleunigen, ist es natürlich sehr wichtig, dass wir die deutsche Unterstützung bekommen. Die Ministerin habe ich auch benachrichtigt, die slowenische Regierung hat heute die Stockholm-Initiative unterzeichnet. Bei den Kernwaffen, wir werden genauso wie Deutschland hier aktiv daran arbeiten, und wir werden uns bemühen, dass das erfolgreich implementiert wird. Wir haben mit der Ministerin sehr gut zusammengearbeitet bei der wichtigen Diskussion mit den Kolleginnen, mit den Frauen über den Frieden und Stabilität, was die Frauen da beitragen können bei den Verhandlungen und bei allen Themen, die die Verwundbarkeit von Frauen und der Gleichheit der Geschlechter natürlich gewährleisten, in allen Bereichen. Ich möchte vielleicht noch eines erwähnen, weil Slowenien auch kulturell sehr mit Deutschland verbunden ist, nicht nur politisch und wirtschaftlich, auch ansonsten sind slowenische Staatsbürger, ja, in Deutschland leben sie in der größten Zahl. Kulturelle Anbindung ist sehr wichtig. Slowenien wird im kommenden Jahr Ehrenmitglied sein in Frankfurt, und dass wir die Beziehungen im kulturellen Bereich noch stärzen. Ich bedanke mich Deutschland für die Unterstützung, für die Kandidatur im Sicherheitsrat nach 2024. Vielen Dank, Anna-Lena, für die Gelegenheit, dass wir heute hier sein dürfen zu Besuch, und das für alles, was wir in den letzten Tagen und jetzt in der letzten Stunde angesprochen haben und die Versprechen, die wir auch bezüglich der Zusammenarbeit gemacht haben. So, jetzt haben wir Zeit für einige Fragen. Allerdings muss ich darauf achten, dass wir nur bis 15.40 Uhr Zeit haben. Und die erste Frage hat Herr Ratz von Reuters. Vielen Dank, Alexander Ratz von Reuters. Eine Frage an beide Ministerinnen, wenn ich darf. Sie haben den Westbalkan angesprochen, da wollte ich nochmal nachfragen. Können Sie skizzieren, einen konkreten Fahrplan jetzt? Wie geht es weiter und vielleicht auch nochmal differenzieren zwischen den einzelnen Kandidaten? Welche Fortschritte erhoffen Sie sich dann jetzt unter tschechischer Präsidentschaft? Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Frage, weil das wirklich ein wichtiges Thema ist. Die Staaten sind in unterschiedlichen Prozessstufen. Wir haben Albanien und Nordmazedonien schon seit Längerem eben die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen versprochen gehabt. Da hat die EU, das muss man glaube ich so deutlich sagen, eben nicht geliefert. Und wir haben auch dadurch gesehen, was es bedeutet, wenn wir Versprechungen machen und diese dann nicht halten. Dass zum einen die Lücken dann andere füllen, gerade auch in dieser Region und natürlich gerade viele junge Menschen, deren Hoffnung das gemeinsame Europäische Haus ist, diese dann enttäuscht werden. Und daher ist es so wichtig und Sie hatten nach dem Zeitplan gefragt, dass jetzt diese Beitrittsverhandlungen eröffnet werden können. Es gab ja in der letzten Zeit noch einmal intensiven Klärungsbedarf, gerade mit Blick auf einen Mitgliedstaat der Europäischen Union. Wir hoffen sehr, dass diese Differenzen jetzt ausgeräumt werden konnten. Es wurde gemeinsam noch einmal mit Bulgarien auch gesprochen und im Rahmen der französischen Präsidentschaft. Es wurde wie gesagt ein Vorschlag noch einmal auf den Tisch gelegt, den hoffentlich beide Regierungen jetzt so annehmen können, damit dann die Beitrittsverhandlungen auch eröffnet werden können. Es stellt sich für die unterschiedlichen Länder sehr unterschiedlich dar, gerade auch mit Bosnien und Herzegowina. Es ist ein Land, was lange schon gerne auch diesen Prozess gehen würde, aber die Situation im Land ist leider auch so, dass wir mit Blick auf die Wahlen zum Beispiel, die im Herbst anstehen, dafür sorgen müssen, dass diese Wahlen auch entsprechend stattfinden können. Dass es mit Blick auf die Zusammensetzung, auch mit Blick auf die Rolle von Herrn Dodig eben Herausforderungen gibt, dass man derzeit in einer anderen Situation ist als Nordmazedonien und Albanien. Kosovo ist ein anderes wichtiges Land in der Region mit einer ganz anderen Herausforderung, wo wir uns zum Beispiel als Bundesrepublik Deutschland auch mit Blick auf den Europarat dafür eingesetzt haben, dass Kosovo Mitglied des Europarats werden kann. Ein wichtiger Schritt, um den weiteren Prozess dann auch mit Blick auf die Europäische Union gehen zu können, wo wir vor allen Dingen dafür sorgen müssen, dass alltägliche Lebensfragen für die Menschen vor Ort, wie zum Beispiel auch die Frage von Autokennzeichen, klingt so banal, beeinträchtigt aber sehr den Lebensalltag zwischen Serbien und Kosovo geklärt werden können. Deswegen gibt es sehr unterschiedliche Prozesse, aber ein starkes, gemeinsames Verständnis, gerade auch zwischen unseren beiden Regierungen, dass wir uns auf dem westlichen Balkan, so schwierig die Herausforderungen zum Teil auch sind, so unterschiedlich die Länder sind, ganz, ganz stark engagieren, weil der westliche Balkan gehört in die Mitte Europas. Wie Sie wissen, vor einer Woche war in Brüssel sehr emotional der Gipfel mit den Führern des Westbalkanstaaten. Man muss verstehen, dass diese Region seit 20, 30 Jahren blutige Kriege erlebt hat und dass sie sehr lebendige Erinnerungen daran haben. Bei diesem Krieg in Ukraine auf europäischem Boden gibt es natürlich sehr viele Sicherheitsrisiken, wirtschaftliche Herausforderungen für die Staaten, was die Ministerin eben gesagt hat, die Jungen verlieren die Hoffnung und verlassen die Region, sie haben keine Perspektiven und die Glaubwürdigkeit ist sehr stark angekratzt an beiden Seiten. Die Europäische Union hat Versprechungen gemacht, beginnen mit Kosovo vor Jahren, als Kosovo alle Bedingungen für Visumregime befreit hat, dass die Visa abgeschafft werden. Nordmazedonien, Albanien, ich hoffe herzlich, dass wir noch vor Ende oder vor dem Beginn der Sommerferien da eine Zwischenregierungsgespräche sehen werden, dass beide Beitrittsschritte gehen können durch diesen französischen Vorschlag. Ich hoffe, dass vielleicht heute schon in Skopje eine positive Botschaft herauskommt. Das ist von Schlüsselbedeutung, weil wir die Leute unterstützen müssen und unsere Glaubwürdigkeit behalten müssen. Die Versprechen halten. Vor 20 Jahren in Thessaloniki, in Solun, haben wir dieses Versprechen für die Erweiterung gemacht und die Staaten verstehen das nicht, warum es da keinen großen Fortschritt gibt. Slowenien hat eine sehr große Unterstützung hier gemacht für Bosnien und Herzegowina, gerade deshalb, dass diese Staaten die Mitteilung bekommen, dass wir sie nicht zurücklassen, dass sie ein Teil von Europa sind, dass sie das immer waren und immer sein werden. Und nur so mit diesem Verständnis für diese Region werden wir alle Sicherheitsrisiken vermindern und vor allem der jungen Generationen noch Hoffnung geben für die Zukunft in Ruhe und Stabilität und in Frieden. Die Frage für die deutsche Ministerin. Vor den Wahlen haben Sie öfter betont, dass nach 16 Jahren Regierung Merkel die Außenpolitik Deutschlands anders sein wird. Es wird weniger Diktat, mehr zuhören an andere Mitgliedstaaten im Falle des Westbalkans und Bosnien-Herzegowina ist das nicht geschehen. Es interessiert mich, das Kanzleramt hat verleuten lassen, dass jetzt die deutsche Regierung gewissen Druck ausüben soll bezüglich Kauf von deutschen Boxer-Radpanzern. In Slowenien gibt es diesbezüglich eine Revision. Die ehemalige Regierung hat da bereits einen Vertrag unterschrieben und ich würde gerne wissen, ob Sie diesbezüglich gesprochen haben und wie Ihr Standpunkt dazu ist. Vielen Dank für die Frage. Ich würde allerdings sowohl mit Blick auf das, was Sie gesagt haben mit Äußerungen meinerseits in der Vergangenheit als auch mit Blick auf, was die Bundesregierung jetzt sagt, gerne klarstellen, dass ich diese Wortwahl, jedenfalls die in meiner deutschen Übersetzung war, nicht verwendet habe und auch nicht verwende. Und mit Blick auf die deutsche Bundesregierung, wir sind natürlich mit allen unseren Partnern im engen Austausch über alle Themen der Zusammenarbeit. Das ist die Zusammenarbeit in Energiefragen, im Bereich des Jugendaustausches, feministische Außenpolitik, worüber wir gesprochen haben, aber natürlich auch die Frage der militärischen Zusammenarbeit jetzt nochmal gerade in dieser Zeitenwende. Und zugleich wissen wir alle als starke Demokratien, und ich glaube, das zeichnet Europa ja gerade auch aus, dass die Stärke unserer Vielfalt als EU 27 ist, aber bei uns in ganz, ganz vielen Ländern eben auch immer Koalitionen gebildet werden. Wir haben erstmalig in Deutschland eine Dreierkonstellation, das hat es in unserer Geschichte nicht gegeben. Ähnlich ist es jetzt auch in Slowenien mit der Wahl, eine neue Koalition setzt sich zusammen, da hat man manchmal dann auch neue Herausforderungen und solche Fragen, die Sie jetzt auch angesprochen haben, wo es dann vielleicht mit Dingen, die in der Vergangenheit vereinbart worden sind und jetzt auf neue Regierungen zukommen, darüber sprechen wir vertrauensvoll, gerade wenn es vielleicht leichte Unterschiede gibt, aber das, was Sie gesagt haben, dass hier irgendeine Art von Druck ausgeübt wird, das ist nicht unsere Art, der Außenpolitik in der Vergangenheit nicht und auch nicht in der Gegenwart und Zukunft. Mit den Ministerien haben wir über den Krieg in Ukraine gesprochen, bezüglich der Projekte, wo wir humanitär helfen können. Ich habe Sie auch natürlich informiert über das Gespräch, was in Slowenien läuft. Die ehemalige Regierung hat mit der deutschen Regierung eine Vereinbarung unterschrieben über den Kauf von Panzerfahrzeugen. Nach der Regierungswestel mit neuen Koalitionspantern haben wir neue Revisionsverfahren über diesen Kauf gemacht und ich habe Sie benachrichtigt, dass diese Revision in Slowenien läuft und wenn die beendet wird, werden wir nächste Schritte einleiten. Das ist noch eine Frage. Benjamin Alvarez von der Deutschen Welle. Eine Frage an Ministerin Fayon. Der slowenische Premierminister hat nach dem NATO-Gipfel gesagt, dass der Plan, das Verteidigungsbudget aufzustocken aufgrund der globalen Situation und nicht aufgrund des politischen Drucks stattfindet. Glauben Sie, dass der interne politische Druck nach der russischen Invasion gar keine Rolle in dieser Diskussion spielt? Dankeschön. Noch einmal, wir haben bereits bei der Übernahme der Regierung im Koalitionsvertrag sehr deutlich gesagt haben, dass wir alle Verpflichtungen internationalen Organisationen einhalten werden, auch in der NATO, auch wenn es um die Aufstockung der Ausgaben geht. Das heißt, wir werden mit dem Plan, was wir vorgestellt haben, bis 2030 bis auf 2% BDP kommen werden. Wir sind da nie so leistungsfähig, was die Militärausgaben angeht, aber unser Ziel wollen wir einhalten. Es geht um keinen zusätzlichen Druck, politischen Druck. Ich denke, wir sind sehr einheitlich in Slowenien, was die russische Aggression angeht. Wenn man die Menschen fragen würde, die Solidarität mit der Ukraine ist sehr groß, sehr stark. Es gibt viele Projekte. Wir haben viele Leute mobilisieren können, daran zu arbeiten. Wir werden auch materielle, humanitäre Hilfe leisten. Ich werde auch Kiew besuchen. Wir haben sehr gute Beziehungen und wir werden nach unseren Kräften helfen. Und die letzte Frage hat Frau Vreitschko. Jasna Vreitschko, Slowenische Presseagentur. Ich möchte wegen der bilaterellen Zusammenarbeit fragen. Und für die Zusammenarbeit bei der Hilfe für die Ukraine gab es da konkrete Vorschläge und sprachen sie auch über die Zusammenarbeit bei der militärischen Hilfeunterstützung. In Slowenien gab es viel, also ist viel in den Medien gesprochen worden, über einen Ringaustausch bei den Panzerlieferungen für die Ukraine gesprochen worden. Und ganz konkret für die deutsche Ministerin die Frage, ihr Startpunkt bezüglich der slowenischen Initiative, EU-Kandidatenstatus für Bosnien und Herzegowina, wie für die Ukraine möglichst schnell und was sind die reellen Möglichkeiten dafür? Ja, waren unterschiedliche Aspekte in der Frage. Ich fange mal bei den ersten an. Ja, wir haben sehr viel und intensiv heute, aber auch schon in den Treffen, die wir bereits hatten, zum Beispiel beim Außenministerinnentreffen in Luxemburg, über die Frage gesprochen, wie wir auch unsere Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Ukraine intensivieren können. Ein Teil davon ist der Ringtausch. Wie gesagt, und das macht halt Regierungswechsel und davon leben Demokratien aus. Der Ringtausch wurde ja noch angegangen oder die Idee des Ringtausches, bevor es die neue Regierung geredet hat. Deswegen haben wir natürlich auch darüber intensive Gespräche, wie das umgesetzt und fortgesetzt werden kann. Da stellen sich auch viele praktische Fragen, wie das funktionieren kann. Wir haben ja auch mit anderen Ländern eben solche Ideen des Ringtausches und darüber sprechen wir gemeinsam. Wir haben aber auch viel darüber gesprochen, wie wir die Ukraine gemeinsam humanitär unterstützen können. Und zum Beispiel gibt es ein ganz konkretes Projekt. Als ich vor Ort in der Ukraine war, gerade auch in Butscha und Irpin, wurde an mich stark herangetragen. Die Herausforderung der Minenräumung und zwar der Minenräumung im zivilen Bereich, in Kleinstädten, im zivilen Bereich. Weil bisher vor allen Dingen viel Minenunterstützungstätigkeit auf der politischen Ebene, gerade im militärischen Bereich, auch von der ukrainischen Regierung geleistet wird. Und deswegen intensivieren wir unsere Unterstützung der Minenräumung jetzt gerade auch in den Städten und Kleinstädten. Wir arbeiten dort auch mit entsprechenden Akteuren in der Ukraine zusammen. Und wir haben festgestellt, dass es ähnliche Überlegungen von auch der slowenischen Außenministerin gab, das, was ich schon in Kiew mit besprochen hatte. Und haben da jetzt geschaut, wie wir vielleicht unsere Überlegung gemeinsam voranbringen können. Das ist einerseits die Unterstützung der Räumung von Minen vor Ort, aber genauso die Behandlung von verletzten Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine. Wir haben in Deutschland rund 350 schwerstverletzte Soldatinnen und Soldaten aufgenommen. Die sind zum Teil 16 Stunden lang im Feld liegen gelassen worden, konnten dann gerettet werden, werden hier in Notbehandlungen versorgt. Und auch in dem Bereich können wir uns vorstellen, weiter zusammenarbeiten. Auch dann in der Stufe danach, wo Slowenien ja für bekannt ist, dann auch die Unterstützung von Verletzten in der Rehabilitation. Also viele, viele Themen und Punkte, die wir heute auch nur entsprechend anreißen konnten. Mit Blick auf Bosnien-Herzegowina haben wir unsere beiden Antworten schon gehört. Die deutsche Bundesregierung ist der Meinung, wie gesagt, der westliche Balkan gehört nicht nur geografisch in die Mitte Europas, sondern auch politisch. Dass wir uns aber, und das ist auch die Lehre aus der Vergangenheit, und man muss ja immer schauen, was hat gut geklappt und was hat schlecht geklappt in der Vergangenheit, dass wir gerade mit Blick auf Beitrittsprozesse keine Versprechungen in den Raum stellen sollten, die wir dann nicht halten können. Und vor allen Dingen, wie wichtig es auch ist, weil wir eine Werteunion sind, dass die Fragen von Rechtsstaatlichkeit, dass die Werte eingehalten werden. Und dafür dienen eben diese Beitrittsverhandlungen und diese Beitrittsprozesse. Und da ist mit Blick auf Bosnien-Herzegowina unsere Analyse, dass die Fortschritte in der Vergangenheit da gewesen sind, es aber eine wahnsinnig schwierige politische Lage nach wie vor im Land gibt. Das hatte ich ja bereits angerissen. Und dass wir derzeit nicht den Punkt gegebenen sind, jetzt zu sagen, wir können aktiv und akut auch vor diesen Wahlen, die angesetzt sind für den Herbst, aber kein Selbstläufer sind, jetzt über den Kandidatenstatus zum jetzigen Zeitpunkt, und ich betone zum jetzigen Zeitpunkt, entsprechende Erwartungen in den Raum stellen. Semona Kratko. Nur kurz möchte ich antworten, wenn es sich um die Frage der Ukraine geht. Wir haben sehr viel über diese Ringzusammenarbeit gesprochen, wo es um humanitäre Entwicklungshilfe geht, Transport von Verwundeten, Versorgung von Verwundeten, Rehabilitation. Wir sind in Slowenien sehr gut, wir haben ein sehr gutes Zentrum, Soca, was bei der Rehabilitation helfen kann. Auch Minenräumung haben wir sehr gute Fachleute. In diesem Teil haben wir den Tausch nicht gesprochen, was die militärische Ausrüstung angeht. In der Vergangenheit gab es Gespräche dazu mit der alten Regierung, aber das haben wir jetzt für die Fachleute aus dem verteidigungsmilitärischen Bereich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.